Ah, ist das schön, du. Hallöchen. Ich dachte, ich entspann mich noch mal ein bisschen. Denn am 27.07. ist ja das Finale in Frankfurt, nicht wahr? Na hier, das 1v1-Turnier. Red Bull Player One. Da haben sich jetzt in den letzten Wochen Leute qualifiziert. Die 16 Besten aus Deutschland, ich sag's euch. Ja, und am 27.07. sind wir dann in Frankfurt. Der Mori, der Johnny und ich. Die beiden kommentieren, ich hoste das. Und ihr könnt mit dabei sein, ne? Könnt ihr euch mal ein Ticket gönnen? Können wir uns da treffen, gerade Bull zusammen trinken, Spaß haben. Wir sehen uns. Ich höre mich übrigens selber nur ganz wenig. Aber du bist laut genug. Ja, das ist ja die Hauptsache. Oh, okay. Ich habe es mir jetzt selbst ein bisschen mehr gegeben. Das ist Ehre. Martina Made. Alter. Ja, kannst du euch mal Olaf zeigen, ne? Alter, du kannst hier so einen richtig geilen Wikinger-Bart machen, ne? Du bist aber schon nah dran. Ich hatte tatsächlich früher mal, als ich noch in der Tanzschule gearbeitet habe, hatte ich Burnout. Und da habe ich mir so... Ja, ist traurig. Aber da habe ich... Alter, was ist... Einfach grinsen. Da hatte ich Burnout. Jedenfalls hatte ich da so ein Bart. Das sah eigentlich so gut aus. Hast du noch ein Foto davon? Nee, 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 nee. Doch, doch, oder? Ja, da kannst du doch garantiert ein Foto jetzt einbinden, oder? Nein, 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 kann ich nicht, wenn ich... Nein, 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 nein! So, was brauchen wir für Gruen? Wir spielen Predator. Hast du Prolof? Predator. Dann das ganz links. Dann das in der Mitte. Ich liebe es einfach, weil mittlerweile ist es einfach drin. Und das zweite von rechts. Das ist einfach so Bildschensuchen. Das ist schön. Das ganz links. Das oben in der Mitte. Und das unten links. Und dann das in der Mitte. Das links. Und das in der Mitte. Das ist einfach schön mit dir, ne? Das ist ein eingespieltes Team. Jetzt hast du natürlich Smite of F, ne? Das bleibt doch so. Weil Smite of F steht für Fight. Mogenna ist halt... Hast du Mogenna mal gespielt seit dem Rework? Ja. Hast du dir mal die Sprüche gegeben? Nee. Vorher war die halt so... I will hunt you down. You can't escape. You will die. Und jetzt so... Oh, mein Leben ist scheiße. Ich hab ne Fünf in Mathe. Oh nein. Alles so gemein. Nichts hier zum Emo? Ja, die sind so ein Emo-Kind geworden. Ja. Und das war ja... Früher war das ja mal cool. Aber das ist ja schon ein bisschen her. Hattest du Emos bei dir an der Schule? Ja. Alter, richtige? Also, als ich zur Schule gegangen bin, war so Emo-Prime-Time. Ja, bei mir war so Emo-Auslaufzeit. Das heißt, die waren schon sehr isoliert. Ich glaube, das hilft Emos, ja. Ja, stimmt. Das ist eigentlich nur noch mehr Embrace. Nee, bei mir gab's sogar... Also, als ich zur Schule gegangen bin, gab es Emo-Treffen am Bahnhof. Und dann standen die da einfach. Really? Ohne Musik, ohne irgendwas. Die standen da einfach nur auf den Samstag rum und dann... Alles scheiße. So, ich hab jetzt einfach mal irgendwas gekauft. Ja, supi. Also, unsere Idee ist, was wollen wir machen? Leute töten. Sehr gut. Das heißt, was wir machen, ist eine ganz, ganz besondere Jungle-Route, die es so quasi gar nicht gibt. Oh, scheiße. Wir starten mit dem Cue. Als zweites nimmst du den... Ich kann nicht weh sagen. Die zwei. Und danach gehen wir nach dem Blut zu den Enemy-Raptoren. Okay? Hallo? Ja. Enemy-Raptoren. Ja, die sind da vorne. Ja, klasse. Ja, da stellst du dann ein Wort in den Busch, aber dann erzähl ich dir eh alles nochmal. So, und jetzt immer schön die Axt wieder aufsammeln und wieder werfen. Äh, oh, der hat gepullt, ne? Na gut, wir nehmen die Raptoren. Ich bin dir sicher. Ja, ja, ja. Du hast gerade gesagt, der hat gepullt. Ja, ja, alles gut. Nehmen wir schön die Axt rein. Oh, möglichst mehr Leute treffen. Sehr gut. Und jetzt gehst du zu seinen Golems. Golems. Golems, links rum, links rum. Hä? Links nach unten. Ich denke, der ist hier. Südlich, ja. Das ist ja genau das, was wir wollen. Wir suchen ihn ja, falls es dir nicht aufgefallen ist. Oh, wei, wei, wei. Okay, das könnte jetzt sein, ne? Be ready. Okay, sind free für uns. Oh, jetzt können wir Botlein trotzdem reinrennen. Fingen wir, dass du reinrennst. Ja, sehr schön. Klasse. Wir gehen für die Lux, ne? Nicht die Tristane. Die Tristane ist uninteressant. Ach, siehste. Einfach mitgesnackt. So, und jetzt, nee, nee, nee. Wir haben ein Ziel. Die Krabbe ist unser nächstes Ziel. Guck mal hier. Ja, guck mal, aber er findet gar nichts. Oh, mh, das ist ein bisschen kacke. Oh. Dies meinen wir, ne? Ja, dies meinen wir aber am Ende, bitte, ne? So, dann können wir auch mal gucken, ob Toplay nicht noch was geht danach. Nee. Nee, der ist nämlich tot. Aber ist ja auch unser Verdienst, ne? Klasse. Und jetzt nehmen wir nämlich den kompletten Topside-Changer mit. Golems, Red, Raptoren. Jetzt E oder W? Oh, dann mach mal E. Komm, einmal nur um dieses... Oh! Der Dick, das gehört dem, oder was? Flash and Tire, Flash and Tire. Zack, und noch mal ein Q. Zack. Und jetzt wieder den Q. Und den E. Und den... Boom, Alter! So. So nicht. Klasse. So, und jetzt den Redbub. Da ist eine Knallpflanze gleich links von dir. Und dann rennen wir bei denen rein. Okay? Okay. Also im Prinzip sind wir, als Olaf sind wir ein sehr egoistischer... Nee, ja, damit zeigst du natürlich, wo du bist. Und das ist jetzt wieder alles uns, ne? Also, Amumu versucht quasi fürs Team zu spielen. Wir sagen, ha, Amateur. Und nehmen halt einfach alles mit. Und weißt du, jetzt kommt nämlich der Clou. Weil die Amumu, die würde jetzt gleich erstmal ihren Bot-Sei-Jungle machen, weil da ihr Redbub ab ist, ne? Das heißt, das wird hier noch... Da kannst du mal ein Wort hier so relativ mit... Okay. Ja, oh gut. Ist jetzt blöd gelaufen, aber mein Gott. Oder? Ja, ist wirklich nicht schlimm. Also, wir sind so stark. Weißt du, wie Predator funktioniert? Ja, ja, ich drück da drauf. Ja, da kannst du jetzt eigentlich auch drauf drücken, ne? Kannst du auch pingen, dass du kommst. Und zack, die Achse ins Gesicht. Und nochmal die Achse ins Gesicht. Red Smile vielleicht. Oh, wunderschön. Kill Secure natürlich eine der Spezialitäten von Olof. Also, da muss man sagen, der E-Spell ist da absolut fantastisch für. Good Job Top End Jungle. Das heißt, wir haben positiven... Bader Jungler wins auch voll. Ja, das so oder so. Also, bis hierhin auf jeden Fall. Also, gerade die Szene eben war natürlich ein bisschen grenzwertig. Du hast... Ich mach nur, was du sagst. Ja, das war absolut mein Fehler. Steh ich vollkommen hinter. Aber ich muss sagen, mit Olof geht das recht fix, ne? Ja, es ist insane. Generellt hast du auch einen insane Farm, ne? Also, du hast ein echt gutes Paffing hier. Ja. Und jetzt Red Smite, ne? Uh! Oh, Leute! Nevermind. Und jetzt Red Smite wieder drauf, ne? Jetzt brauchen wir nämlich mal den Damage. Und dann gleich ulten, wenn er dich stunnt, ne? Wir wollen nicht... Kannst du noch diven? Also, da... Keine Gnade. Ach, so schön. Ist doch so ein befriedigendes Gefühl, ne? Ja, wirklich. Es ist einfach dieses... BAM! Ah, schön. So, die denken, die kommen weg und dann so... Nope. Ja, Remabot. Remabot. Predator. Sehr gut. Wen nehmen wir zuerst? Wen willst du zuerst? Lux, Lux, Lux. Ja. Zack. Und Decke deiner Ult. Ja, sehr schön. Oh, mein Gott. Komplett verprobiert. Oh, shit. Okay, das... Ja, Decke deiner Axt gleich. Die ist gleich wieder ab. Kannst du slowen mit der Axt? Slowen mit der Axt. Oh, der ultet. Ja, das ist doch... Das ist doch wie Cheaten. Ah. Ja, nee. Du hast ja keine Ult mehr, ne? Oh. Das ist noch so angeschleidet. Ja, Alter. Let me introduce myself. Okay. Ja, nee. Sehe ich uns nicht. Oh. Was kaufen wir? Ich glaube, so wie du mit der Ult umgehst, brauchen wir leider Mercs. Kannst du slowen? Achtung. Ulti mir gleich anschmeißen, ne? Wenn da was passiert. Ja, sehr gut. Zurückkeiden. Ja, jetzt. Rein, da, rein, da. Oh, der erste. Und jetzt die Axt. Oh, der zweite. Wer hat den Ding gestillt. Ist egal. Sehr schön. Red Smite, Red Smite. Ja, 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 ja. Was macht der? Ist egal, ist egal, ist egal. Du kriegst was hin. Du kriegst was hin. Weh, 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 weh. Ah, schade. Aber es war trotzdem gut. Alter, der Tumkench hat wieder Amumu gefressen. Äh, ja, wir gehen jetzt für Righteous Glory. Habe wir mal eine Axt rüberwerfen. Die gibt nämlich auch Vision. Ja, konzentriere dich auf Smile. Oh, irre. Sehr gut. Und jetzt, jetzt töten wir sie alle. Jetzt töten wir sie alle. Sehr gut, sehr gut. Nochmal hinterher. Klasse. Ja, dann. Hack ihn langsam, aber ganz langsam. Langsam, aber ja. Aber langsam, aber sicher. So, kann ich hier nochmal ballern, Anna? So, Predator. Und jetzt rennen wir sie runter. Jetzt, jetzt, jetzt. Olaf, Olaf, Olaf. Weiter, weiter. Den Tarm. Redsmite. Aktives Item. Liegt auf Q. Klasse. Hör auf jetzt. Ja, ja, der nächste und da rennt sie jetzt weiter rein. Ultimate, Ultimate Flash. Q. Nein. Aber das kann schon mal passieren. Du bist halt scheiße. Hey, hey, hey. Okay, okay, okay. Weiter, weiter. Die Axt auf Simon. Ja. Q. 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 Ja. 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 Noch Q. Ah. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Foto 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 Foto. Scheiße. ınıjatdia. Foto Foto Foto. Haberaning. Untertitelung des ZDF, 2020